Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Sims 4 Vampire hier in unserem Haushalt mit dem kleinen Kleinkind. Und es ist schon so lange her, dass ich... Ah, Alma heißt sie. Genau, es ist schon so lange her, dass ich das hier aufgenommen habe, dass ich schon wieder ihren Namen vergessen habe. Und jetzt liest Stella erstmal ihrer Tochter etwas vor. Das ist auch gut. So, wie geht's denn hier den anderen? Was macht Olaf denn? Oh, er spielt mit seinen Enkeln im Puppenhaus. Wobei, es sieht eher so aus, als ob er nur damit zu tun hat. Er sitzt einfach nur da. Sieht echt so aus, als ob er mehr Spaß hat als sein Enkel beim Puppenhaus. Na gut, aber es ist doch Olaf. Egal. Alma hat die Fantasiefähigkeit erworben. Wow. Das ist ja auch gut. So, Caleb ist auf der Arbeit. Der ist immer noch ein offenes Mikrofonsucher. Enter Deiner Level 2. Also der muss unbedingt mal in der Karriere aufsteigen, weil wir brauchen Geld. Wenn die nächsten Rechnungen hier jetzt einflattern, dann sind wir so gut wie pleite. Und... Oh, was ist denn mit dir los? Oh, ein bisschen wütend. Gut gegen Böse. Gute und Böse sind niemals einer Meinung. Der Kampf wütet weiter. Ja, ah, okay. Ihr verschönert deinem Kind mal den Tag und dann kannst du es ins Bett bringen. Erstmal so voll sagen, so, oh, ist das nicht ein toller Tag? Und dann, jetzt ist Schlafenszeit. Kannst sie nicht mehr genießen. Edgebett. Oh, Bankira. So läuft das. So, ich muss mich hier auch mal wieder zurechtfinden. Stimmt, das habe ich hier umgebaut. Das hat schon so eine optische Ähnlichkeit. Also die Wand hat schon eine optische Ähnlichkeit mit SpongeBob. Kann man nicht anders sagen. Aber darum soll es nicht gehen. So. Hier sogar ein extra... Hoch. Hier sogar ein extra Waschbecken. Ja, genau. Ein extra Waschbecken. Dieser Raum ist ein komplettes Waschbecken. Nein. Hier sogar ein extra... Ein extra Badezimmer. Nur für das Kleinkind. Das ist doch auch schon mal Luxus. Aber wenn das jetzt nicht mehr klappt mit den Rechnungen, dann müssen wir hier irgendwo Sachen verkaufen und alles einsparen. So, was machst du? Du... Achso, du wolltest aufräumen. Ich dachte, du würdest jetzt Müsli nehmen. Aber du kannst keine normale Nahrung zu dir nehmen. Da du ein Vampir bist. Und Vampire können nur Blut trinken. Apropos Blut. Da läuft doch jemand. Wer ist das denn? Ey, stehen bleiben. Das ist... Oh, der Name schon wieder. Anja Sabalani. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß jetzt nicht, wo wir die das letzte Mal gesehen haben. Aber irgendwo schon. Was könnte man denn mal machen? Blasenbedürfnisse lernen? Energiebedürfnisse lernen. Machen wir das doch mal. Das gibt bestimmt Punkte. Sie will ja immer noch eine Großmeisterin werden. Und von... Du kannst ihre Bedürfnisse aussaugen. Das kannst du mir jetzt nicht sagen, dass du es nicht kannst. Wie viele Punkte gibt das? Anscheinend nicht viel. Gut, dann trinkt nochmal hier was von ihr. Äh... Plasma trinken. Zu kleinem Trank nötigen. Das gibt Punkte. Das ist fies. Das muss einfach Punkte geben. Meine liebste Tageszeit ist, wenn wir zusammen spielen. Ah ja. Das sprechende Einhorn. Das Olaf irgendwo in der Wüste gefunden hat. So, das muss jetzt aber echt Punkte hier geben. Oder es geht so langsam voran, dass man das gar nicht mehr mitbekommt, wenn man hier jetzt Punkte bekommt. Weil es ist ja halt schon eine ziemlich hohe Stufe. Es gibt jetzt auch immer vier Machtpunkte bei einer neuen Zwischenstufe. Jetzt kannst du mal ein bisschen dunkle Meditation machen. Und der läuft da so. Äh, das interessiert mich nicht. Ist gerade jemand umgefallen. Es ist eine vampirverseuchte Gegend. Aber ist mir gerade egal. Ich laufe einfach weiter. Sie muss auch die Ruhe weg haben. Saugt andere Leute einfach so aus. Lässt sie auf der Straße liegen. Und meditiert daneben. Das möchte ich auch gerne können. Aktuell läuft ja auch immer noch die Pflanzen-Sim-Herausforderung, wie ich gerade sehe. Die läuft noch 16 Tage. Die würde ich nämlich auch gerne noch einmal machen. Aber jetzt nicht hier mit diesem Haushalt. Weil, ja. Ähm. Ich müsste mich auch nochmal um die Plasma-Bäume hier kümmern. Plasma-Fruchtbäume. Sehen nicht mehr so gut aus. Schläft er schon? Achso, stimmt. Ist Sonntag. Geh schlafen. Er hat morgen Schule. Nicht so wie ich. Ich hab Ferien aktuell. Aber Ferien gibt's ja in Sims 4. Noch nicht wirklich. Aber vielleicht irgendwann. So, du kümmerst dich jetzt endlich mal um die Bäume hier. Das dauert aber echt lange, bis sie da hingekommen ist. Nächstes Mal nehme ich wieder die Interaktion als Fledermons da hinfliegen. Und Caleb hat 178 Simileon mit nach Hause gebracht. Wow. Ja, du müsstest jetzt hier nochmal irgendwie deine Fähigkeiten aufbauen. Wir bräuchten eine Gitarre oder eine Geige. Aber es kostet Geld. Das heißt... Mal gucken. Wie viel kostet denn hier so eine Gitarre oder eine Geige? Je nachdem. Also ich tippe einfach mal, dass eine Gitarre weniger kostet als eine Geige. Nur so geschätzt. Gucken wir nochmal. Also, wir haben hier eine Geige für 425. Und davor... Achso, keine Gitarre. Okay, dann lernst du Geige. Dann lernst du einfach mal Geige spielen. Okay. Hier schenke ich dir. Jetzt übst du schön Geige, weil du musst Level 2 der Geigenfähigkeit jetzt erreichen. Damit du befördert werden kannst. So. Du gehst jetzt zwar allen tierisch auf die Nerven. Deswegen würde ich dich jetzt auch alleine lassen. Aber dann müssen wir jetzt alle durch. So, kannst du hier noch was machen mit den Plasma-Fruchtbäumen? Hier. Unkraut jäten. Was macht Olaf? Er spielt am Computer. Ah ne, er provoziert in Foren. Auch eine gute Beschäftigung. Du müsstest nochmal eben deine Schelmfähigkeit ausbauen. Noch so ein bisschen. Er hat ja noch ein bisschen Zeit, bis er wieder arbeiten muss. Wo ist jetzt eigentlich das Buch? Ist das hier? Ja, das ist es. Das kannst du mal lesen. Aber ich glaube, damit verbessert er die Fähigkeit auch. Egal. Lese einfach das Buch. Und du zertrümmerst nicht noch einmal das Puppenhaus. Ernsthaft, das muss ich mal, das muss ich mal entfernen. Oder einfach den Zutritt ihr verweigern. So, Geburtsurkunde dahin. Und ja, Stella muss morgen wahrscheinlich... Ja, sie muss natürlich in elf Stunden arbeiten. Ihr Energielevel ist natürlich noch sehr gut. Genauso wie ihre andere Fähigkeiten. Also, kann man nicht viel machen aktuell mit ihr. Wir können mal so ein bisschen hier auf Suche gehen. Wir brauchen ja noch ein Kristall. Damit wir einen Serum brauen können auf der Arbeit. Du kannst ja einfach mal dann hier die Steindingsen ausgraben. Und lässt Caleb da alleine. So, Olaf, der kümmert sich um seine Schelmfähigkeit. Das ist auch sehr gut. Damit er auch nicht mal befördert wird. Ist ja auch nur auf... Na gut, Level 4, das geht schon. Oh, er ist dann schon ein kleiner Verbrecherkönig. Das geht schnell. Naja. Oh, jetzt geht's ihm nicht gut. Irgendwas scheint hier dreckig zu sein. Nur was? Nur was? Schmutzige Umgebung. Wegen schlechter Umgebung. Was ist denn hier dreckig? Hier ist doch nichts. Das ist hier. Vielleicht fühlt er sich auch nur schmutzig, weil er hier die ganze Zeit auf der Geige rumspielt. Das ist auch möglich. So. Stella hat eine Kapsel gefunden. Kannst du mal öffnen. So, was ist das jetzt? Eine Schatzkarte. Juhu. Haben wir da nicht irgendwie schon? Jo, wir haben zwei Schatzkarten. Das ist doch auch schon mal was. Zwei Schatzkarten, mit denen wir eigentlich nicht viel anfangen können. Wir können dann hier mal nach einem Schatz graben. Halt. Das machen wir aber anders. Stedermossi hinfliegen und dann nach einem Schatz graben. Sie bräuchte diese vampirische Schnelligkeit, mit der sie so ein bisschen schneller rumläuft. Basilikum bräuchte sie auch noch, damit sie, glaube ich, diesen Trank brauen kann. Da läuft doch schon wieder jemand. Ne, das ist auch ein Vampir, glaube ich. 100 Pro. Jupp. Eine My Sims Trophäe namens Yuki. Ich weiß doch nicht, was diese Trophäen jetzt bringen, außer dass man die sammeln kann. Oh, da wächst Knoblauch. Aber Knoblauch ist, glaube ich, Gift für Vampire. Also, lassen wir das da mal. Und Stella hat schon wieder eine Kapsel. Kannst du dann auch mal. So. Noch eine My Sims Trophäe. Wow. Es ist auch so nützlich, dass man die jetzt hier bekommt. Kann man nicht anders ausdrücken. Wir können ja hier so ein Regal aufbauen. Und dann dort die ganzen Trophäen hinstellen. Ja, das wäre es doch. Das könnte man nochmal machen. Dann natürlich könnte noch einer von euch seine handwerklichen Fähigkeiten unterbeweistellen. Und dieses Wandregal selber bauen. Und oh. Zunächst wäre es aber vielleicht doch gut, wenn hier jetzt jemand mal eben das Waschbecken repariert. Und damit meine ich nicht ersetzen, sondern reparieren. Da... Der Abgang war gut. Ähm, damit meine ich wirklich reparieren, weil ersetzen kostet wieder Geld und dann haben wir unter 1000 Simulionen und die Rechnung kostet 11.000. Fuck, wir werden sowas von pleite gehen. Und da lungert dieser Obermann hier herum. Und der ist weg. Ach komm. Hör auf, mit Olaf zu reden. Wo hast du das Buch abgelegt? Mal eben so als Frage. Ich sehe hier nirgendwo das Buch. Hat er es ins Büroregal gepackt? Ich wette. Ne, da ist noch mal ein Eins drinne. Ne, wo hat er schon wieder das Buch hingepackt? Das ist doch nicht wahr. Da ist noch ein Hamburger Kuchen, der in 15 Stunden verdirbt. Den packen wir einfach mal in den Kühlschrank. Und... Wo hat er das Buch hingepackt? Er muss doch noch Level... Keine Ahnung, was er erreichen. Level 5. Ist doch nicht mehr lange, bis er das hat. Da. Schelm. Level... Ja, 64%. Komm schon. Wieso geht's ihm gerade so richtig schlecht? Jetzt geht's ihm auf einmal wieder gut. So, dann wollen wir hier mal weiter nach dem Buch suchen. Ich bin wahrscheinlich auch wieder so blind. Weil es wahrscheinlich wieder auf dem Boden liegt. 100%ig. Hier irgendwo liegt es auf dem Boden. Und ich übersehe es. Einfach die ganze Zeit. Das ist ohne Poso. So, und du kannst mal aufhören. Du kannst mal aufhören, Geige zu üben. Du hast jetzt... Das Level erreicht. Dann könntest du mal angeln gehen. Angeln gehen. So. Dann gucken wir hier nochmal, was Olaf... Ah, er muss noch... Er muss noch einplassen, wobei... Stella... Hat... Das... Puppenhaus... Zertrümmert. Einmal wieder. Das ist super. So, dafür sitzt du jetzt hier im Badezimmer und... Starrst in den Spiegel, wo man dich nicht sieht. Ja, das ist so eine Eigenschaft. Das muss ja schon irgendwie kacke sein, wenn man sich im Spiegel nicht sieht. Kann ich mir schon echt... Wow. Was ist denn das? Ja, gut. Das ist, glaube ich, ein Alien. Caleb hat einen guten Fang gemacht. Ein Glasaugenbarsch. Ja, den kannst du jetzt gleich mal an Olaf weitergeben. Der kann damit was anfangen. Äh. Wo auch immer du ihn... Achso, das ist der, das Inventar. Hier. Den kriegt Olaf. Und... Er stellt daraus ein Plasmapäute her. Und hat diese Aufgabe jetzt geschafft. Und wo zum Teufel hast du das Buch jetzt abgelegt? Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht so einfach verschwunden sein. Hier, wisch das mal auf. Und... Das kannst du wegschmeißen. Und ich suche das Buch weiter. Er hat einen Kaiserfisch gefangen. Er wird noch ein guter Angler. Ah, hier liegt nirgends wo ein Buch. Sag nicht, dass ich das neu kaufen muss. Gut. Dann machen wir das mal anders. Dann... Äh... Web. Nee, Moment mal. Wo war das? Nicht Notizbuch öffnen? Nee. Nee, nee, nee. Nee. Adoptieren. Nee. Haben wir schon genug Kinder in dem Haushalt? Brauchen wir nicht noch eins. Caleb hat noch was gefangen. Diesmal einen Barsch. So. Die Geige stelle ich hier auch mal hin. Äh, irgendwo anders hin, wo sie jetzt nicht so mitten im Raum steht. Vier Tage lang erfolgreich wieder standen, ausgiebig zu trinken. Das ist doch schon mal eine Errungenschaft. Aber wo zum Teufel ist jetzt dieses Kackbuch? Das kann doch nicht einfach so verschwunden sein. Wä, das stinkt was. Räum das mal auf. Und Karl August ist wach. Er muss auf Toilette. Na super. Ja, kaputtes Puppenhauswein. Nein. Brauchst du nicht. Es ist schon wieder heile. Das kannst du gar nicht mitbekommen haben. Seine ist kurz einmal aufgewacht. Achso, die sind schon ausgeschlafen. Es ist doch gerade mal erst 5 Uhr morgens. Müssen die eigentlich auch schon Blut trinken? Nee, die müssen was richtiges essen. Stella, du musst kochen. Aber was richtiges. Und nichts mit Plasma. Ich glaube, das vertragen die noch nicht. Die Trink für einmal nehmen. Frühstück servieren. Ein Obstsalat. Das ist gesund. Das ist immer gut. Aber wo zur Hölle ist jetzt dieses Buch? Ich verstehe es nicht. Das kann doch nicht einfach weg sein. Oder hat er es hier irgendwo reingelegt? Nee, das ist Band 1. Da ist es! Verdammt nochmal, er hat es ins Bücherregal gelegt. So, das liest du jetzt. Und du packst es nicht weg. Okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Du schleichst dich hier durchs Kinderzimmer. Und Karl August spielt mit dem Tonklumpen. Mach das, lass das mal. Du kannst dich an deine Hausaufgaben setzen, die du aus irgendeinem Grund noch machen musst. Ich weiß auch nicht, warum. So. Du kochst hier in einem Fass ein Obstsalat. Ist auch gut. Caleb hat folgendes gefangen. Knoblauch. Äh, werd das mal schnell wieder los. So. Da es jetzt gleich auch wieder hell wird, kannst du jetzt auch mal aufhören, Sachen zu fangen. Pass auf, dass du dich da nicht bei verletzt. Das wäre nicht so schön. Stella hat Level 4 der Kochfähigkeit erreicht. Das ist doch super. So. Olaf, er liest noch ganz schön brav das Buch. Und... Es ist hier alles irgendwie ein bisschen verbuggt. Was machst du jetzt hier? Nee, du nimmst dir... Du nimmst dir kein Hamburger Kuchen. Das ist... Das ist... Nee, machst du nicht. Hier. Äh. Ach so, das ist schon fertig. Wow, das ist sogar normale Qualität. Das ist... Überraschend. Wenn man die Plasmafruchtsalate gesehen hat. Von ihr. Und Olaf ist richtig konzentriert bei der Sache. Das heißt, die Beförderung ist nicht mehr weit weg. Und dann kriegen wir wieder mehr Geld. Und können die Rechnung bezahlen. Die wahrscheinlich heute reinkommen, weil es ist Montag. So, du könntest hier mal eben... Eine Plasmafrucht... Einen Plasma wollte trinken. Fünf Tage lang in Folge... Nicht ausgiebig trinken von dem Sim. Okay. Das ist durchzuhalten. Er hat ja schon vier Tage von fünf. Also dürfte das wohl kein Problem sein. So, wie sieht's jetzt hier aus? Hör mal auf, deine Hausaufgaben zu machen. Das ist zwar auch nicht gut, wenn du die nicht hast, aber... Kannst du auch noch in der Schule machen. Hier setze dich hin. So, wie sieht's jetzt hier oben mit Alma aus? Sie ist ausgeschlafen und wird wahrscheinlich jeden Moment wach. Gut. Da brauchen wir jetzt jemanden, der sich um sie kümmert. Stella müsste gleich zwei... Ach, in vier Stunden. Okay, du kümmerst dich erstmal um sie. Aufwecken. Und du machst hier noch deine Hausaufgaben weiter. Genauso wie du. Ihr habt noch eine Stunde Zeit, das zu schaffen. Wenn ihr das nicht schafft, dann... Okay, sie werden's nicht schaffen, aber trotzdem. So, über Tag reden. Und dann... Also Pizza ist kein Frühstück. Da muss sie dir schon irgendwie was anderes geben. Oh, jetzt scheint sie bockig zu sein. Warum auch immer. Achso, sie hat Hunger. Ja gut. Bist ihr schon dabei, ihr glaube ich, was zu essen zu geben? So, Olaf, er hat... Knoblauch. Ihr kriegt hier einen Knoblauch aber echt... Der ist in der Küche. Hier. In den Kühlschrank. Da kriegt er es nicht mit. So. Willst du das Buch jetzt... Oh, ne, er hat's schon wieder ins Bücherregal gelegt. Leasen. Äh, Level... Ne, das ist es nicht. Schämlichkeit Band 1. Ich find's schon wieder nicht. Er hat's wahrscheinlich wieder in ein anderes Bücherregal gelegt. Aber es ist ja eigentlich immer so, dass... Die Inventare der Bücherregale zusammengelegt werden, soweit ich weiß. Es ist nicht sein Ernst. Oder hat er es diesmal auf den Fußboden gelegt? Nein, er hat's in der Hand. Das liest du sofort. Du musst noch ein Level hier schaffen, bevor du zur Arbeit musst. Egal, was da jetzt... Dir in die Quere kommt. So, was machst du jetzt? So, wie weit bist du? 25% und du 50%. Okay. Das wird wohl nichts mehr. Dann hört mal auf und geht in die Schule. Dann sind hier schon mal wenigstens zwei Personen weg. Das heißt, es wird ein bisschen entspannter hier. Aber es ist doch schon mal ganz cool, wie hier alle jetzt so... Wäh. Wand. Wie hier so fast alle hier am Küchentisch sitzen. Oder fließt ein Buch. Die anderen machen Hausaufgaben. Caleb sitzt da einfach nur so rum. Und... Was macht Stella? Sie steht einfach an der Spüle. Auch gut. So, nein. Du lässt die Finger von dem Puppenhaus. Wenn ich das noch einmal sehe, dass du das kaputt machst... Dann... Äh... Ernte mal. Ernte mal die Plasmafrüchte. Da ist doch noch was. Hier, alles ernten. So. Ich weiß nicht, kann... Ah, sie kann... Sie kann die Bäume schon weiterentwickeln. Das ist gut. So, und jetzt geh ich schnell rein, bevor du jetzt hier wieder verbrennst. Das wollen wir ja nicht. Was macht Eimer jetzt? Ah, sie versucht aufs Töpfchen zu gehen. Das ist interessant. Okay. Naja. Es ist anscheinend schon mal so ein typischer Familientag hier. Also so ein wirklich richtiger typischer Tag. Es ist Montag, das heißt Anfang der Woche. Alle sind noch so ein bisschen... Ja, sagen wir mal im Wochenendmodus. Und... Ja, jetzt müssen einige arbeiten. Olaf hat noch zum Glück einen Tag frei, wo er seine Fähigkeit noch ausbauen kann. Und... Wow. Das mit diesen Sonnenstreinen ist auch schon cool. Wenn ich jetzt hier noch so ein gescheites Bild hinbekommen würde, wo die Sonnenstreinen auch drauf sind und das Haus, dann hätte ich ein cooles Thumbnail. Aber dem ist leider nicht so. Na komm, das geht auch. So, was ist jetzt mit ihr? Zuckerschock, weil du Nachtisch gegessen hast. Jo. Na gut, also ich würde mal sagen, wir lassen die jetzt hier mal wieder ein bisschen alleine. Morgen geht's dann wieder... Waja, jetzt bin ich auf einmal im Baum. Äh. Bild nach oben. So. Morgen geht's dann weiter mit einer weiteren Episode von der Großstadtleben-WG. Und dann am Freitag. Warte, heute haben wir... Heute, wo die Folge erscheint, ist Mittwoch. Ich drehe die am Dienstag. Stella kann alleine losgehen. Und dann... Ja, am Freitag geht's dann hier wieder weiter mit einer neuen Folge in der Vampir-Familie. Und dann in der nächsten Woche weiß ich noch nicht, wie ich das dann handhaben werde. Also ich werde das, glaube ich, immer noch so machen, dass es halt immer so abwechselnd kommt. Einmal Großstadtleben, dann hier die Familie mit den Vampiren und dann halt immer so abwechselnd immer. Weil das ist eigentlich, finde ich, eine gute Mischung. Am Wochenende kommt halt immer was anderes. Und ja, mal sehen, wie lange ich das aufrechterhalten kann. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, das war's für diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!